Was ist das, was du an der Schule gemacht hast? Schule ist ein Problem. Eines Tages kam der Direktor rein. Er hat gesagt, Atakan. Ich habe gesagt, ich bin nicht Atakan, ich bin Tiger. Er meinte, Tiger, du musst mir zur Schule kommen. Ich meinte, Direktor, ich weiß, aber ich habe Probleme. Ich kann nicht so viel zur Schule machen. Ich bin Geschäftsmann, ich habe Geschäfte, Familie, ich muss gucken, ich muss Geld verdienen. Ich habe gesagt, okay, ich versuche mehr Schule zu kommen, habe ich gesagt. Problem aber, habe ich gesagt nur, nicht viel gemacht. Das Problem ist, Schule zahlen, Schule fängt an, dann Lehrer krank, immer krank. Und dann nächste Stunde, zwei Stunden später, dann gehe ich zur Arbeit. Ich wollte Fußballspieler werden. Ich habe gesagt, ich will Profi werden, ich brauche keine Schule, ich brauche nur Ball. Und dann hat er gesagt, ja, aber es muss trotzdem Schule kommen. Ich bin Profi nicht geworden. Leider war Knie kaputt. Es kann passieren. Tiger, wenn du viel arbeitest, kann etwas passieren. Und ich dann, Schule ist so zwei Stunden frei. Wettbüro bin ich. Ich bin ja Fußballspieler. Man muss gucken, wer kann gewinnen, warum nicht. Und so muss man Tipps auch sagen. Und wenn ich einen Tipp sage und einer macht zum Beispiel diesen Tipp und gewinnt, kriege ich von ihm nochmal 20%, 30% oder alles. Weißt du? Wenn ich gut drauf bin, sage ich, okay, 20% für dich. Wenn ich Stress habe, dann sage ich, hier hast du Trinkgeld und tschüss. Weißt du? Das ist der Manager. Weißt du? Und dann ist es so, du kannst dich nicht gleich entscheiden. Du bist da, hast Zettel und guckst so, Nachricht kommt. Bill 3 war schon verletzt und du hast gerade gemacht, Härte 1. Aber wenn er verletzt ist gerade, kannst du nicht machen. Musst du anders machen. Musst sagen, Härte kann vielleicht verlieren. Und dann gehst du raus und wieder neue Nachrichten. Dann gehst du wieder hin. Dann mache ich das und komme raus und habe gesehen, Schule vorbei. Scheiße. Alle sind schon nach dem Weg nach Hause. Ich komme aus dem Büro raus. Weißt du? Das ist komische Arbeit. Entweder Schule oder Arbeit. Beides geht nicht. Kann man nicht machen. Deswegen ist Schule vorbei.